Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Trails of Cold Steel 4 Ja, endlich mal. Es gab eine kleine Pause. Ich habe ein paar Wochen jetzt erstmal, ja, mich von dem Spiel zurückgezogen. Habe ich auch unter der letzten Folge ankündigt in den Kommentaren, falls ihr gesehen habt. Wenn nicht, habe ich es aber trotzdem wahrscheinlich mitbekommen, dass jetzt erstmal ja nichts kam. Offensichtlich, der Grund ist eigentlich ganz einfach. Ja, mein Fazit nach der letzten Folge war eigentlich noch recht positiv, weil mir das Finale vom zweiten Akt einfach sehr, sehr gut gefallen hat. Aber als ich dann im Nachhinein nochmal ein bisschen darüber nachgedacht habe, wie gut mir das Spiel bisher gefällt, ist mir aufgefallen, dass es mir nicht sonderlich gut gefällt insgesamt. Einfach mit der Begründung, dass ich wirklich nochmal, je mehr ich darüber nachgedacht habe, was bisher passiert ist, gemerkt habe, wie egal alles, was bisher passiert ist, einfach war. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es sind natürlich immer wieder ein paar nette Sachen passiert. Es gab viele positive Aspekte, es gab viele coole Szenen, vor allem jetzt hier gesagt das Ende von Kapitel, ähm, Akt 2, wie auch immer. Und die Bonding-Events waren ein super großes Upgrade, allgemein viele Charaktermomente. Michelin war natürlich ein Highlight für mich sowieso, da jetzt endlich mal hin zu können. Also so ist es nicht, dass ich alles blöd fand und gar keinen Spaß hatte dauerhaft. Nur, wenn ich nochmal genau darüber nachgedacht habe, was wir bisher so erreicht haben, storytechnisch, dann, bin ich halt zum Schluss gekommen, dass wir jetzt quasi da sind, wo Teil 3 aufgehört hat. Und wir hätten einfach nicht nochmal alle Charaktere in ganz Arabonia verteilen müssen. Sowohl, ja, Class 7 als auch den Rest vom Campus. Wir hätten einfach nicht nochmal die ganzen Reunions haben müssen. Wir hätten einfach nicht nochmal, ja, in jedem Abschnitt einen Bosskampf haben müssen, der irgendwie gar keine Storyrelevanz hatte, sondern einfach nur war, oh, ich bin übrigens immer noch böse und ich kämpfe jetzt nochmal gegen euch, weil ich es kann. Und dann haben wir halt einen Kampf gehabt und dann war's das, ähm, weil das waren so die meisten Bosskämpfe bisher, mit wenigen Ausnahmen. Das hätten wir einfach weglassen können. Und dann wären wir jetzt quasi beim Finale von Akt 2 gewesen, direkt am Anfang des Spiels. Wie gesagt, ein bisschen übertrieben, natürlich gab es immer mal wieder relevante Sachen auch schon dazwischen, die ich jetzt nicht einfach auslassen wollen würde. Aber... Keine Ahnung. Oh, wir haben noch Hotspring. Wir haben noch Hotspring jetzt. Ja, genau, wir sind jetzt auf der Courageous, auf der neuen Courageous. Ja, ich bin jetzt ruhig. Ich wollte das nur gesagt haben, das ist der Grund. Ich bin jetzt nochmal wesentlich negativ eingestellt über den Anfang des Spiels und wollte deswegen einfach eine kleine Pause machen, um, ja, nochmal alles ein bisschen zurückzusetzen in meinem Kopf. Und jetzt habe ich mittlerweile auch wieder richtig Lust weiter zu spielen. Ich wollte jetzt nicht demotiviert weitermachen, weil das wäre auch für euch blöd gewesen. Hätte ich ja auch keinen Spaß in den Videos gehabt und ihr hättet dann keinen Spaß mit mir gehabt und so, genau. Jetzt bin ich wieder motiviert. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und tue einfach mal so, als würde das Spiel quasi gerade anfangen. Sag ich es einfach mal so. Obwohl es ein neues Modell des Schiffes ist, das System, das du hier sehen möchtest, ist großartig das der vorherigen Courageous. Unser Operationsmanual hat nur das hohe Minimum. Wenn du etwas zu finden findest, musst du es herausfinden, als du gehst. Entstanden. Ich werde sicher, dass ich es an alle anderen passiere. In total ist es eine Länge von 92 Arches. Ein sehr viel Schritt von der vorherigen 74 Arches-Klasse. Holy Shit, als wäre das Alte nicht schon groß genug gewesen. Aber ja, jetzt haben wir natürlich dann genug Platz für alle, die schon dabei waren. War ja dann doch langsam etwas eng auf unserem alten Luftschiff. Aber, weil das Schiff so viel größer ist, musst du vorsichtig auf die Geschwindigkeit und der Fahrzeugausflug. Ha! Also, sie ist ein wilder, oder? Sollte mir, dass diese Frau ein bisschen mehr Taming braucht als das letzte. Angelika, jetzt bitte flirte nicht noch mit Luftschiffen. Bitte. Dieses Terminal sollte dir eine komplette Kommande über all den Schiffen-Fassilien und Feuerkontrollsystemen geben. Gut, wobei es jetzt nicht so ist, als hätte sie vorher noch nie mit Maschinen geflirtet oder so. Natürlich hatte sie schon immer eine Verbindung damit. So ist es jetzt nicht. Es kommt mit Anti-Hacking-Masuren, speziell entwickelt von Professoren Albert und Erika Russell. Du meinst, dass Mom und Grandpa es gemacht haben? Ha! Wir sollten keine Probleme haben, dann. Unglaublich! Jeder Inch von dem Schiff auf diesem Schiff ist der Art. Äh, Kurt? Was ist denn ein Inch? Wovon redest du? Was war das denn? Das war ganz sicher kein Rage, oder wie auch immer man das ausspricht. Rage, ich weiß es wirklich nicht. Also, sag ruhig Inch. Ist vielleicht leichter. Und dieser Computer ist einer der Epstein-Foundation Next Generation Modelle. Waren sie nicht nur gerade entwickelt? Das ist richtig. Und Atoll hat die neueste Innovationen in hydrodynamischen Ingenierungen, von der Ruhr-Institut der Technologie. Plus, es scheint, auch mit ZCFs neuesten Next Gen Orbal-Engine. Ziemlich. Es wird nur mehr und mehr unglaublich, wenn ich es höre. Wie hast du, dass du so ein Schiff ausgestattet hast, in totalen Secrecy zu konstruieren, ohne jemanden herauszufinden? Wie gesagt habe ich vorhin, gibt es viele Menschen, die mir helfen, dass das passieren wird. Zum Beispiel? So wie Herr Gwynn hier, zum Beispiel. Ah, hi du. Alter Sack. Mhm. Die Geschichte hier geht immer nach genau nach dem Zivilen Krieg, um die, wie es endete. Seine Herrin hat mich entschieden, für ein paar Tipps zu treffen. Er hat mich für dieses Schiff vorbereitet, für ihn. Alles in Anticipation des Tages, wenn die krimsenen Wände aus dem Skye gebrochen werden würden. So, das ist warum. Huh. Ich erinnere mich, seine Herrin zu sagen, etwas über dich zu sein. Stimmt, da waren wir sogar dabei. Mein Gott. Ja. So, für die Konstruktion-Site, auf dem Kingdom von Lebels-Valeria-Lakeshore. Und eine alte Ouroboros-Secret-Based-Boot. Talk about a Plot-Twist. Ja. Unfassbar, ne? Ja. 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 Also, bitte erklär dir jetzt mal, was da passiert ist. Wie, wie habt ihr überlebt? Gibt es da einen guten Grund für? Kann sein, dass es beim letzten Mal schon angesprochen wurde, so ein bisschen. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr exakt, was beim letzten Mal passiert ist, muss ich zugeben. Äh, da waren ja doch viele Informationen bei und ist jetzt noch eine Weile her. Vielleicht solltest du es mir nochmal angucken, weil, ähm, wäre vielleicht nicht schlecht. Ich gebe es dazu. Ich gebe es dazu. Even at the cost of left eye. Your Highness. I hate to ask, but, what's the prognosis? Huh. A full recovery doesn't seem to be in the cards, unfortunately. But as a musician, I'm just grateful that my hands and ears met through in one piece. Ja, das ist wohl wahr. I suppose I have them to think for that, eh? So you're live to George's inner turmoil and the whims of the Phantom Thief, huh? Okay, tatsächlich. Also, ja, dachte ich's mir doch. You have an unbreakable spirit, Your Highness. Don't tell yourself short. Dass George da irgendwie was eingefädelt hat, dass es irgendwie geklappt hat. Ein paar Details hätte ich trotzdem noch gerne prinzipiell, aber... Nehmen wir es einfach mal so an, naja, I guess. Wie gesagt, ich bin ein bisschen unzufrieden damit auf der einen Seite. Immer noch natürlich. Okay, okay, es kommt noch Erklärung. Es kommt noch Erklärung. Dann halte ich mich noch zurück mit der Enttäuschung. Mit dem wütend sein. Das mache ich dann später wieder vielleicht unter Umständen. Das ist... Ich unterestimierte sie. Shera. Ich bin sorry. Ich bin sorry, Ayn. Es sieht wie ich mich verraten. Ich bin sorry, Ayn. Godess. Bitte, schütze meine daughter. Sie haben 15 Sekunden bis zum Hull collapse. Aha. Ja. Okay. Klar. Meinetwegen... Sogar die Crew hat überlebt. Die hätte sowieso niemand interessiert. Also davon haben sie gar nichts mitbekommen, dass sie alle gestorben sind. Und irgendwo erwähnt. Die Gravitational Barriere. Es wird nicht halten. Es wird nicht halten. Es wird nicht halten. Es wird nicht verraten. Es wird nicht verraten. Und wie hat Oliver jetzt sein Auge verloren? Ich habe keine Ahnung. Weil es sieht gerade eher so aus, als hätte... Da ist er sich da reingestürzt. Irgendwie sich so halb geopfert. Da hätte er eher ein Auge verlieren müssen, aber... Naja... Ach ja... Ach ja... Rivalität hat sich doch nochmal ausgezahlt, hä? Für Oliver auf jeden Fall. Ist auch so krass. Das ging ja auch in Trails in the Sky. 2nd Chapter wirklich los schon. Ist irgendwie unglaublich, wie viele Plotlines so lange angehalten haben. Einfach irgendwie. Ha. Ich kann nur glauben, dass ein Freund, der Phantom Thief, dich von all der Wreckage... Ja... Wirklich sehr überraschend. Also das ist ja wirklich der offensichtlichste Hinweis überhaupt gewesen, dass sie keine Leichen hatten. Ähm... Als sie die Beerdigung gefeiert haben. Sagt man gefeiert? Zu Beerdigungen? Veranstaltet? Keine Ahnung. Gefeiert hört sich irgendwie so positiv an. Ich bin aber kein Experte jetzt dafür, was Wortdefinitionen angeht. An top of that, he healed his highness, the crew, and even the Viscount's grave wounds, didn't he? That's right. I was injured too, but somehow made it out relatively unscathed. When the Viscount jumped in to block the hole in the barrier, I couldn't even use my art to help him. I never felt so worthless in my entire life. I'm sorry, Laura. I dropped the ball when it mattered most. Ach, es geht doch alles gut aus, Mensch. Like I've told you, Toval, you have nothing to apologize for. I'm just relieved you made it out alive. I'm sure Father shares my sentiment. Well, if you say so. I admit, I thought Viscount Ars ain't more or less invincible. I was stunned speechless to see him in that state. But Frim, losing his left arm, means he'll just swing twice as hard with his right. Ah, okay, er hat einen Arm verloren. Fuss wird er schon? Tut mir leid, hab ich Winnern vergessen. War grad sehr verwendet, wovon er alle oben redet. Aber ja, dann gibt es Sinn. Dann gibt es Sinn. How is but an extension of oneself, and what is a sword if not power wrought in steel? But ultimately, it's not the might of one's blade, but will and strength of spirit that decide the battle. Wow, wie gut du zitieren kannst, Reen. The words of his lordship from the Enfernal Castle two years ago. So ridiculously cool. Ja, kein Wunder, dass er sich das komplett gemerkt hat, wort für wort, ne? Okay, Edge Lord. Danke. Given who we're talking about, I expect he'll only emerge stronger from the experience. If that's the case, this could well become the most difficult trial we've faced yet. Huh. I'm inclined to agree. I'd be prudent for us to account for every contingency. There's also the promise we made with Lloyd to sell the others. Through that, we can let them best us. Huh. But what exactly is Rose up to? Sorry about my grandmother. She has a way of being evasive. Of has to be curt. I definitely was a little surprised by how son that all was. It involves the rivalry though. The only thing to do is go and check it out, right? Um die Rivalry sollten wir uns jetzt sowieso langsam kümmern. Wir haben jetzt noch fünf Tage, ne? Bis Operation Jormungand losgeht. Ja. Also, soviel bleibt wirklich jetzt nicht mehr übrig zu erledigen. The previous evening. After the others had been shown around the courageous two, which they bought at the Prince Olivets Invitation. They began discussing, what they needed to do now. The war would begin in less than a week. Okay, gut. Wir haben also schon ein paar Pläne. Ich dachte, wir sind jetzt gerade erst hier angekommen. Hallo ihr beiden. For those of you who have not yet had the honor, my name is Roselia Milstein. I am the elder of Erebonia's Hexenclan. Emma and Vida are my disciples in the magical arts. It is a pleasure to finally meet you, Prince Olivert. As well as the story to children of Crossbell and the Burl. How do you do? Until this moment I'd only heard of you through rumour and legend. I've heard that you watched over the laying of Erebonia's Foundation by Arno... I... Of the first. Yeah, good. Is that really true? Well, actually, that was my predecessor. It was Emperor Hector and Prince Dreykel, so I was best acquainted with 800 years ago. I can't say the family resemblance is all that strong in you. But you definitely have a family of fire in your heart. It's quite an honor to hear you say so. I've heard about Roselia from Ren. 800 years old. Even seeing it with my own eyes. I can't quite believe it. Yeah, especially because he doesn't see it at all. I don't know if he sees it or not. Yeah. I've heard a few things about those of you back there as well. Glowing tails of Ragnard inside both. Wait, what? Ragnard? For real? Oh. We haven't seen Sides since. We spoke shortly before they vanished. Even I have no idea of their whereabouts now however. So cross-play charaktere, ne? Ja, ja, ja. Ich glaub schon. From the sound of it, Cassius doesn't know either. Ragnard, the ancient dragon inside the divine wolf. Oder ist Ragnard der Drache aus Leboel? Wahrscheinlich schon, ne? Kann sein, dass er so hieß. Den Namen hab ich mir jetzt nicht gemerkt, leider. Auf dem dann, ja, Cassius am Ende angeritten kam im zweiten Teil. Two of the beast entrusted with our seeing the Septarians. Indeed. Being sent forth by Adios. Much like the holy beast of Earth. Thomas Lysander. Second Dominion of the Grossritter. Estelle. Lloyd. I've heard many a rumor about your respective endeavors. As for you, your highness. I don't think we've had the chance to talk since you were last at the main campus. Ha ha. And to think that you, a history teacher, are a Dominion of the Graal's Ritter. Yeah. I find a man at the unexpected places, right? I must say, I was quite frustrated that I was unable to see what was really going on despite my ties to Kevin. I see, so I guess that means you heard about us from Kevin and Reese. And it sounds like you learned about us from Wazy, right? Right. We're having all of them operate outside of Erebonia at the present. Auch Kevin. Ach man. Wann kommt Kevin bloß zurück? The out there resisting Erebonia and their allies working towards the Great Twilight in secret. The first, fourth, fifth and sixth Anguists. It seems that forces who haven't come to Erebonia are also all out on operations. There are still some that we haven't seen yet, right? Also, a whole lot of people. I don't even know how many exactly. I should have looked at it, but I'd rather leave it. I'd rather leave it. It looks like it. The entire division has been active in other countries too, making some pretty serious moves. The Red Constellation's main regiment and the war god too. So, Uncle Sigmund is finally on the move. Yes, Arios and Rishia are responding to their actions. It's the same with Noel, Chief Sergei and Dudley, isn't it? I hope they're all okay. To be honest, things are looking fairly grim. So much so, that the Papal Guard has began to act on its own and is cooperating with Operation Mill Mirage. I suspected as much. It was truly not the time for them to be going off on their own like this. Even during the Night Touch affair 200 years ago, the Papal Guard managed to make a nuisance of themselves. For the time being though, let's focus on the main issue at hand, the rivalry of the Seven and... And? Though it is unclear how, It seems the announcement that Operation Yomongant and Operation Mill Mirage will commence six days from now, Is connected to the spread of the disturbance in the spirit veins. Okay... What? Wait, does that mean it was influenced by today's events? Why? The boss moving out might be rated too. Yes, as well as my father, the Steel Maiden and the others. This probably involves Mother and Sharon too. And Maria Bell, she seems to be working with RF somehow. There are likely many causes, but we now have a different grave situation on our hands. Meanwhile, spirit veins across the entire continent have begun activating. It's no longer limited to the Empire. Wait, what the hell? The disturbance was initially a gradual ripple outward from the Empire, but... It seems to be matching the coming war on its scope. Yeah, great. Then the countries have no... Yeah... ...the right border. They can't hold this whole thing anymore. Right. That's a great toilet at work. They needed a full swing for the rivalries to even be possible. Imagine even now, they're preparing for the ultimate reformation of the Great One. If only there was something we could do. I would say that it's about the rivalries, right? Is that the plan or not? The solution is simple. Use this ship to whatever end you see fit. That's not really a solution. That's a tool, to get to a solution. The rivalry of the Seven appears to be the true objective behind this plan of the Chancellor and the Gnomes. That much we can safely assume. And yet... It is this very same objective that may be our sole hope in preventing the disaster to come. You for real here? It's true that ever since this curse was unleashed, it's felt as though everything's being guided by some unseen force. With that in mind, it'd be near impossible to try and prevent the war altogether. That's probably why Dad and Chloe opted for Operation Meal Mirage instead. But while we're on it, what exactly is this curse anyway? Hmm. We know full well the sort of strife a Septarian can cause. We saw so ourselves during the incident in La Burl a few years there. We had to come face to face with the same issues our ancestors contended with 1200 years ago. It was the same for us. We fought back against a centuries-long plan to artificially recreate a Septarian. One that had been lost due to mankind's own hubris. Ah. Oh. Ist da das Zero Child wohl für da? Das wäre eine gute Möglichkeit. Also damit meine ich dich, Kia, tatsächlich. Aber dann kamen Lloyd und die anderen und haben alles wieder alles gut gemacht. In La Burl ein Ring, der ein Herz des Herzens des Herzens geben könnte. Und in Crossbell ein Tee, der das Seine selbst wieder aufwenden könnte. Uh. Das klingt sehr, sehr cool. Und hier haben wir einfach nur einen Fluch. Das ist sehr langweilig. Each one a blessing, yet each one a curse. Ja, und das ist ja einfach nur ein Curse und ein Curse. Oder ist es auch ein Blessing irgendwo? Wir sehen es nur noch nicht. Aber in spite of that, Estelle, Lloyd und everyone else face them head on. They didn't lose heart even once. Therefore, discovering the truth is your responsibility, man. It's not something Estelle, or Lloyd, or even the rest of us can accomplish. Only you, Class VII of Thor's military academy. Also, im Vergleich mit dem Septarian aus La Burl, verstehe ich absolut noch nicht, was genau die beiden... Es gibt ja zwei hier. Earth und Fire. Die zusammen dann Steel sind. Kann man... Ich verstehe mir noch nicht so wirklich, was die können. Oder können die einfach nichts besonderes, sondern nur irgendeinen Monster beschwören. Und das war's dann. Und denen sind Fluch halt hervorrufen. Keine Ahnung. Es ist halt... Wirkt halt so, als ob es irgendwie das einzige, was die können. Es kommt mir ein bisschen langweilig fort im Vergleich. The Empire is facing threats both on its surface and behind the scenes. And you're no strangers to kick and tail on either of those fronts. I can't think of a more tenacious bunch out there. The way I see it, you guys are the only ones who can do this. It's up to us then. Ja, ja. Ich weiß nicht, warum wir gerade explizit diese Erinnerungen hier sehen, aber... Verstehen den Zusammenhang gerade wirklich nicht. Egal. Nehme ich einfach an. Wir müssen nur noch ein paar Missions zu sehen. Wir müssen um die Lande zu gehen, helfen Menschen und die Alliaten zu sammeln. Auch so, ich habe keine Angst, dass wir noch als Ihre Wings der Passage servieren können. Mehr so mit der Merkabe aus der Kommission. Nachher, die Unterschiede in der Größe sollte mehr als genug sein, um... Oh, sagen wir, zwei Divine Knights und vier Panzersoldaten? So klug, da müssen wir uns gar nicht mehr hinterher fliegen, nicht wahr? Du hast so viel Gedanke in das. Wir haben es gefreut. Dann werden wir keine fünf militärischen Akademie Klasse 7 verheiratet, dich auf diese Erinnerung, Frau Hainessin. Oh, haben wir keine fünf? Bin ich verwirrt? Wahrscheinlich schon, das ist in Ordnung. Ignorieren wir das. Wir machen alles, was wir können, um euch zu helfen. Als Kolleginnen und Kollegen der Radiant Wings. Wir helfen auch. Es ist nur fair, nach allem, was du für die Branch Campus-Studien gemacht hast. Wenn du jemanden brauchen, um diesen Schiff zu machen, dann bin ich deine Frau. Fantastisch! Ich bin froh, dich zu haben. Du siehst, wir haben eher... in der Crew-Departement gebraucht. Ich bin sicher, dass ich das nicht so ausstehen. Ich bin froh, was ich sonst wäre? Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, wir sind wieder wieder zusammen. Wie gesagt, wir werden uns selbst machen, aber wir werden trotzdem helfen. Gleich mit uns. Wir werden auf den Bobcat 2, nachdem wir hier sind. Nun, du sagst es. Du sagst beide beide zusammenarbeiten. Ja. Die Planung ist, um die Eastern Erebonia, North Ambria, und Gerai. Du sagst du mit H.Q. und Laman. Ich glaube, dass ihr euch auch weiter geht, nicht? Was heißt, ihr bleibt gar nicht unbedingt hier? Also... Hm. Zumindest bleiben sie noch ein bisschen hier. Oh Mann. Na gut, ich dachte, wir haben jetzt ja genug Platz für alle. Ich dachte, dann bleiben sie jetzt auch alle da. Aber nö. Ja, ich meine, spätestens so wieder alle hin. Wahrscheinlich kann ich da dann endgültig alle Leute benutzen. Muss sogar vielleicht alle Leute benutzen. Muss sie wieder irgendwie hin und her wechseln für irgendwas Großes dann, ne? Aber... Schade ist es trotzdem irgendwie. Ja! Wir haben das, Yuna! Genau! Gaios! Hab ich ihn gerade Gaios genannt? Ja, habe ich. War gerade so im Rosine-Modus drin. I'll be arranging for its repairs at their nearby location. I really am in your depth, Thomas. Rosine, you too. Thank you. No worries. Please look after everyone. It will not be easy, but a shred of hope has come into view. The time has come for me to undergo my final undertaking. Okay. What do you mean by final undertaking? Ja, gute Frage. Listen well, children of class 7. As noted, the spirit veins throughout the land are activating. And they are disordered as they've never been before. The same can be said for the shrines. The stages for the rivalries. This includes the Lunar Shrine. The only shrine we witches have overseen since ancient times. The Lunar Shrine? Ist das der am See gewesen? Isn't that close to Milzon? Ja, genau der. Genau der. Yes, it is the location of the reflecting pool. And generation after generation of wandering witches have watched over it. This pool reflects the genuine truth. And it is believed to be connected to the red origin of the black records. Ah. Oh. I didn't expect to hear those mentioned here. Ich auch nicht, tatsächlich. Yes, I myself was just told about it the other day. I suggest anyone interested in the real truth behind the curse to come. Oh, ja. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich will gerne die komplette Wahrheit wissen. Gib mir Wahrheit. Nein. I swear my true name. I shall provide the answers to your doubts. Rest assured. A trial for everyone in class 7 is what's needed here. Only Selene is left. Yes? I'm going to need you to take your human form, Selene. Oh. Oh. Okay. Huh? Grandmother. Das habe ich nicht erwartet. Aber gut. Dann machen wir das wohl. Aber würde mich sehr freuen, wenn wir jetzt sofort ein bisschen Antworten zum Flugnummer bekommen. Und das nicht erst auf das Akt-Finale oder so verschoben wird. So wie es mir eigentlich ganz gut vorstellen kann immer. Machen wir an die und echt alle ab einfach. Na gut. Na gut. Auf Wiedersehen. Wir kümmern uns schon um das Luftschiffchen. Und dann wird bei uns. Okay. Oliver bleibt bei uns und Cheryl auch noch. Aber die wollen auch noch gehen oder? Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, wer genau jetzt alles geht. Aber ich glaube, die gehen auch noch bald. Morgen oder so. Achja. Ich weiß. Ich sollte mich eigentlich nicht beschweren. Der Cast ist sowieso schon viel zu groß von diesen Spielen mittlerweile. Es ist komplett absurd. Aber ich will mich trotzdem nicht verabschieden von Charakteren. Ich glaube, das ist die erste Zeit von Makias heute. Nur mal so ganz am Rande. Ah, to gase upon both Selene's lovely figure and the reflecting pool in the same day. What fortuitous timing. Once everyone's done their little tour on the Crates 2, we can head for Lake Gala. It will probably be wise to land out on the water, to put a little distance between ourselves and Milsand. Learning to switch between the silent navigation and optical camouflage modes is going to be critical here. Gut dann, lest euch da mal ein, ja? Viel Erfolg! I'm sure they have a hit on something useful by the time you get out. Okay. We'll be expecting good news, guys. But seriously, though, take care of yourselves out there. Right. That goes for you, too. Gut dann. Class 7. It's time to make sure your preparations are set. We need every pair of hands we can get around the ship, so those of you in a position to pitch in, please do so. Absolutely, Instructor. Makes sense. It's in Ordnung. It's in Ordnung. It's in Ordnung. It's in Ordnung. Ich will das mal gucken, ob ich jetzt hier ein bisschen umgucken kann. Das will ich dann gerne tun. Vielleicht gibt's ja noch ein paar nette neue Sachen, vor allem. Naja, erstmal hier. Akt 3. Seekers of the Dawn. Okay, also es ist endlich kein Zwischenakt oder sowas in die Richtung wie zwischen Akt 1 und 2, sondern einfach direkt Akt 3. Los geht's. Genau. The greatest Jew is a newly constructed ship, but something about it feels nostalgic. Ja, es hat natürlich Ähnlichkeiten. So damals. Durchaus. Maybe I'll do one final sweeper on the floor of myself prior to departure. I need to find everyone going ashore and wish them luck again. Natürlich müssen wir das tun, unbedingt. Na gut. Schauen wir mal. Gibt es jetzt Social Events oder also Bonding Events, wie auch immer sie heißen? In selects laws that you have previously visited. Okay, 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 okay. Ich guck mich einfach um, ja? Ich fühl mich schon zurecht. Nee, okay, es gibt keine Bonding Events. Es gibt, ja, es gibt nur Gespräche mit jedem. In Ordnung ist dann wohl der Rest der Folge, bevor es am nächsten Mal so richtig losgeht, offensichtlich. Meinetwegen, meinetwegen, meinetwegen. Fangen wir euch an. Oliver Charizard, I know I'm repeating myself, but I'm so glad you're both okay. Both of you here, together, nothing could make me happier right now. Thanks, Elfin. I know I put you through hell. I'm sorry that I haven't been in touch. Honestly, Your Highness, I should have informed you before anyone. That was my feeling. Forgive me. Now, don't be silly. With that wound, my brother wasn't going anywhere for a while, right? Thank you so much for helping with his recovery. Your Highness, I honor me with your magnanimity. Was? Magnanimity? Was ist das für ein Wort? Warum gibt es immer noch Wörter, die ich nicht kenne, die ich noch nie gesehen habe? Wie viele Wörter gibt es denn, bitte, auf dieser Welt? I have to say, though, getting Shara to feed me is definitely a memory I treasure forever. Oh, das ist das, das ist das, das kann ich nicht kenne. Although, she did give me one legendary purple Nopple, when I suggested she ditch the spoon and use her mouth instead. Goodness. So, help me, Ideas, Olivier. You're about three seconds away from finding out what life is like with zero arms. No, not like this. I wouldn't have guessed it, but this is a much more intimate than I expected. Ich glaube, das ist einfach nur Oliver, der immer so ist. Jedem gegenüber, ob die Person es will oder nicht. Ganz allgemein. Aber hey, ich kann auch noch vielleicht direkt einsprechen. Vielleicht gesinne ich mich auch mal dazu. Hi. Muss euch ja nicht nur belauschen, ne? Looks like you're already finding a way around the place. Yeah, it really is an incredible ship. This isn't the first time we've met, but I'd like to reintroduce myself nonetheless. I'm Rin Schwarzher. Good to meet you, Sharazad. The pleasure is all mine. I've been hearing a lot about you. It sounds like you've been to Gehenna and back more times than one. And you're not done yet, it would seem. Adver- Adveris- Adveris-T seems to be the order of the day for those who call Erebonia home, but at the very least, it's made us a tough people. But no matter where we're from, I'm glad to be allies just the same. Vistel, Agate, and now you. You bet. I've got your back. We've been preparing for the worst for a long time now. And just between you and me, as a silver streak, I really don't want to be outdone by the purple lightning. Ah. Come to think of it, you've been pretty focused on that for a while now, haven't you? Well, yeah. Despite us being the same age, she was the youngest bracer ever to reach A rank when she did. She's always had her reputation as a force to be reckoned with. Even Cassius relied on her. It did make me a little jealous, I have to say. You're both so fantastic, though. I really admire you, Shara. You know, even though Sarah is my former instructor, we have a close relationship as friends now. I can believe it. Once I came to Erebonia and the two of us actually met, we immediately hit it off. Oh, yeah. Das überrascht mich sehr wenig. We both like drinking, and the overall situations are fairly similar to you in some ways. Yeah, before I'm... We both like drinking. Your interests and those of the masculine persuasion couldn't be any more different, though. That's right. She's got a thing for silver foxes, eh? Though here the winds of change are starting to blow across a particular plane. Is das so? Is das so? Wait, I don't recall telling you about any of this. Shara's heart is so gorgeous, Winn. But she has a really cute side, too. Don't worry, you two. I'll sort this out like a proper sister should. Oh, maybe it's best to just leave it to them. They're adults after all. Ja, das sind sie wohl. Und es geht noch weiter hier. Unglaublich, es hört einfach nicht auf. Hey, Shara's heart. Soll ich mit dir? Keine Ahnung. Wie heißt das Spiel nochmal? Pompomparty spielen? Ist es das? I see that curious glint in your eyes. Oh, oh. Nee, doch nicht. Was ist das? This here is a trump card. It's what makes ultra-long-distance communications with the Arcus 2 possible. It's an artificial artifact known as the Sonorous Seashell. Mr. The Botrous Prince snuck it in. Wow, incredible. It's a delightful little device I discovered in some ruins on a visitor to the Bracer Guild that was about, um, 10 years ago now. It facilitates ultra-long-distance communications in a snap and is even able to bypass all the common restrictions of all shapes and sizes. It's currently in use as a repeater router. Bet over the suggestion. It's also linked to your Arcuses via the Round of 7 app, the Foundation made for me. Genau, das sagte mir ja schon. Das wurde ja auch schon in, ja. Denken wir erst in Trades in the Sky glaub ich erwähnen, aber das ist ein Artefakt ist. Was er dafür nutzt. Und if the ship-control tower is set up with this, then... ...then we have flawless connections with everyone involved with the Radiant Wings. As someone who will be helping with operations, I have to say, I find it hard to believe its capabilities are even possible. I'm with you there. I guess Artefacts don't need to be deadly to be powerful. Speaking of that, correct me if I'm wrong, but I thought the Septium Church collected all Artefacts that are still functional. Ha 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 ha, about that. After a bit of discussion with the Grails Ritter, we managed to come to an... ...agreement of sorts. Uh-huh. Our possession and usage has the received tested approval on the condition that we abide a number of itty-bitty rules, die da wären. Oh, Olivert. So fortunate are we that a man of his eloquence and skill walks upon this earth. Okay, gut. Nicht weiter relevant. Der Punkt ist, der relevante Punkt ist... Er hat eine Absprache mit denen getroffen. Wo ist es denn jetzt, hä? Wo habe ich das denn gerade gesehen? Ach, liegt es hinter denen? Ja, da hinten liegt es in der Ecke. Sehr gut, dass wir das nochmal erklärt haben. Um... At any rate, it seems like Cedric is drifting further and further astray. I'm starting to fear that maybe we really can't go back to how things were. Your Highness. Hmm. Come on. That can't be true. I'm just as glad as you to see him alive again. But feelings such as that are only for the weak. Ja, ich weiß ja nicht. Also es klingt schon sehr stark danach, als würde er niemals wieder so werden, wie er mal war, aber... Mal sehen, ne? Mal sehen. We're ending this world and creating a new order in its place. And in undertaking this great, leaves me no room for weakness. Those words were proof that he's pushing himself too far. This infatuation with Chancellor Osborn is pretty clear. But honestly, doubt is resolved as one of the Iron Bloods is really so firm. Or is the Divine Night Awakener, for that matter? I'm inclined to agree. Oh, brother. You silly fool. All we can ever do as people is work with the opportunities in front of us. And never give up hope. Besides, I still need to meet her properly. Just as I did the princess. He is royalty, after all. If it's a family meet and greet you're after, Shara, you need only ask. Oh yes, there's mother and father too if he's recovered. Let's take it down and not, shall we? Ach ja, ach ja. Such a lustiger Haufen, ihr alle. We'll let's just erstmal dabei und schauen uns bei den anderen hier um. Hey, ihr beiden. Okay, ich kann nicht von ihr aus widersprechen. Schade. Oh, it's Rekka Rien. Ah, Rien, taking two off the ship. It's been some time, hasn't it? But two years already, if I'm not mistaken. Mh, wir dich ja auch kaum richtig gesehen haben, ne? Well, I think the last time we saw each other was the board of directors meeting at the main campus. Ja? Ja? War ich da dabei? Waren wir da dabei? Weil dann habe ich es komplett vergessen. Wirklich komplett. Oh, kann sein, dass ich ihn auch einfach damals noch nicht erkannt habe. Ja, das kann gut sein. Das war dann wahrscheinlich ja im ersten Teil, ne? Keine Ahnung. Ja, doch, ich glaube, ich erinnere mich gerade ganz grob daran, dass es, ähm, gewesen sein könnte, dass wir ihn da mal gesehen haben, kurz, ein bisschen. Mhm. Genau. Also, sorry to hear about what happened to the 7th Division, but I'm glad to see you're safe. Yes, no doubt, thanks to the guidance of Adias. Admit, it was difficult to watch the 7th get disbanded, but it ended up working to my advantage. Thanks to that, I was able to slip away and rendezvous with the others in time to help with the creation of the Courageous Second. You can never really tell just where life's current will sweep you next, huh? Let aside, I've not been able to contact Father and the others either. I'm going to be contacting him and Aurea in a short while. Before I do, though, I'd like to get in touch with Uncle Zex and Nightheart. I see, no doubt they're struggling with their positions, General Craig included. So I've heard, but there's still Imperial Soldiers. That hasn't changed. Once Operation German Guard begins, they'll most likely be deployed as the main force in the rear guard. And if they are, even Operation Mel Mirage is sure to face stern opposition. Right, if Uncle Zex's Strat- Strat- Strat-Gems Uncle Byte with General Craig's unmatched power, Then even the valorous Le Guin and technical genius Cassius could be outmatched, yeah. The conflict might already be impossible to stop in any official capacity, but... I'll do what I can behind the scenes. If you could somehow buy us some time on an official front, you would have my deepest gratitude, Lieutenant Colonel. Instructor. Ha, well, of course. That reminds me, I'm many months late in saying so, but I wanted to thank you for mentoring my brother. I'd like to ask that you continue providing him with guidance, so that he may one day grow into a strong, independent man. Yeah, I'm going to have an eigener Instructor werden kann, for the nearest Trails' arc. But I hear you. As this Instructor, it's my responsibility to continue leading him as best I can. I'm a new Debrine. Perhaps I'll go find a suitable hole to go crawling and die of embarrassment now. Mach das, Kurt. Ist wohl der einzige Lösung gerade, die du hast wirklich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ähm. Ich hoffe, man hört nicht, dass meine Nase teilweise ein bisschen zusitzt. Zwischendurch. Deswegen muss ich auch gerade ein bisschen Pause machen, immer zwischen den Dialogen. Merk da nicht, schneide ich raus. Punkt ist, ich entschuldige mich trotzdem einfach dafür, falls man es merkt. Meine Allergie. Dann geht mir seit ein paar Tagen wieder ein bisschen auf die Nerven. Es ist großartig. Es ist gerade wieder eine großartige Zeit, um mit Trails anzufangen. Wo ich schön viel vorlesen kann. Ach ja. So, the strategy conference room and training room on this floor. Ja, ich gucke mich von selbst. Okay, ich kriege das hin. Ich brauche kein Tutorial dafür, was es hier gibt. Das kann doch nicht genutzt werden. Lese, 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 lese. Ich will es auch nicht wissen. Spoiler mich nicht. Ich bin es heraus, wenn ich da bin. So. Gut. Lass ich euch mal sitzen da, weil ich glaube, wir haben sonst... Wir haben eh schon genug Gespräche jetzt gerade noch zu erledigen hier. Mehr als genug. Oh, Reen. How's it going? Are you guys talking to Major Irving about the headover procedures? Yes, the ship is a new build. There are many things about it we don't understand. That's why I have the manual in hand to read and check as I go. In normal circumstances, I should also be helping out, too, since I'm part of the Branch Campus Faculty and all. Heh, well. If we get a trial from Rose coming up in Lake Gala, don't ya? You can just leave this up to us, then. Just make sure you're prepared. Got it? To be honest, I'd like to go, too. But it's only members of Class 7 that are allowed to write. It's kind of frustrating, to be honest. Will you be heading down of the handover procedures to meet up with the main campus students, Major Irving? Right, I'm planning on also serving as a backup, at least for the time being. Let's keep in touch then. It'll help us maintainer. Shared Branch Campus Mindset, so to speak. Of course. Thank you very much. We'll do so great, the principal won't... No, what hit her? Let's see this video. Let's see this video. And what's there for you? Oh, Schwarzer, I wanted to speak with you about Major Irving. Claire. Right, we only saw an image of her on the Pentegruel. Just like the Chansai and the others. Though she's probably carrying out some pretty important tasks in a different area, Yes, she's likely working to finalize the Railway's usage plans in preparations for Operation Jormungand start. As well as carrying out her duties as part of the Iron Bloods. Right. I know her and I... I can only imagine how much losing Orion must have hurt her. Oh yeah, that's... It's not really my place to say, but please do what you can for her. Things keep on going this way. She won't be able to handle it much longer. And I'm still not sure what I can really do. Ich meine, sie ist nicht auf unserer Seite. Sie ist gerade ein Feind von uns. Möder weniger jedenfalls. But it's one of the people who cares for her. I'll do everything I can. Ja. Ich schlag sie einfach zusammen und dann geht's immer schon besser. Dann vergisst sie alles darüber. Weiß ich doch nicht, was ich tun soll wirklich nicht. Hallo, was gibt's hier? Ein schönes, ha? Also ich will mir eigentlich wirklich kein Tomatenwasser kaufen, aber CP... Ich kann mir davon noch... Uh, ich bin das gar nicht mehr gewohnt, weil in Persona gibt es auch Automaten, wo man sich Items kaufen kann, die... Ja, sozusagen die CP auffüllen können. Aber die sind immer, ja, beschränkt. Da gibt es immer in jedem Automaten nur zwei oder drei Stück davon. Ich überlege gerade, ob ich einfach... So. Es fühlt sich richtig an gerade für mich, ne? Ah, okay. Komm. Aber, aber, aber zehn Stück gehen, ne? Zehn Stück nehmen wir mal. Ich will es in Tomatenwasser. Fühlt sich nicht gut an, aber nehmen wir. Nehmen wir einfach mal. So. Ah, da kann ich duschen gehen. Ja, 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 ja. Recreation Room. Ah, uh. Oh, hallo. Das ist aber schick hier. Na, ihr? Ich war mir nicht sicher, dass Oliver auflaufen würde, oder? I know what you mean. The Prince managed to keep himself on the ship such a well-guarded secret, it even took me by surprise. I think a mutual friend over there will have some choice words about your whole declaration, however. Come on, instructor. Don't be mad. I had a whole speech worked out, but now that I think about it, I feel like it might sound a little hypercritical. It would give now you're far worse when it comes to trying to sacrifice yourself. Oh, yeah. Oh, yeah. It's just like Jesus says. With everything I've done, I'm in no position to criticize you, Musa. I'll leave that job to Elise and Elfen. Oh, believe me, they've already made their feelings quite clear. Alright, I guess we're done here, then. In any case, I'm just glad that everyone is safe. I will be counting on you, too, for your help of the Lunar Shrine, but take some time to relax before then. I intend to, thanks. Thank you, instructor. Yeah, viel Erfolg der Arbeit. Also gut, gehen wir ins Bad rein. Ist bestimmt so ein Event, ne? Komm schon. Oh, ja, das glaub ich nämlich auch. If that child's a Lunar Shrine where the reflecting pool is, I'd probably better go ahead and wash up now. This Hylian has already gave me permission to use it, so I might as well head in, right? Richtig, mach das, los, wasch dich. Du stinkiger Stinker. Well, there's separate facilities for women and men, and they really went all out in the changing area. Da ist sogar ein, ein Orbaler Föhn, einfach. Alright, then. Is that Urine? Hm, wen haben wir da? Ah, ihr beide. Hey, Hylian, Machias. I guess we all have the same idea. Yeah, we just started to get a handle on the ship's functions, so it seemed like a good idea to go wash up. When have we joined you? It does seem pretty spacious, after all. Yeah, of course. Wanna head in, then? Gut. Dann mal los. Hmm. Ooh. This is pretty amazing. Wow, this is like a full-scale bathhouse. Sieht aber nicht so tief aus wie sonst, oder? Oder kommen wir das so so vor? Ich denke, okay, es ist vielleicht auch nicht so viel Platz auf einem Luftschiff, ne? It's almost too lavish. Could it even get any more luxurious than this? Was Professor Schmidt that designed this ship? Him, Professor Russell from Oberl. Well, it seems he was one of Professor Ebsen's three main disciples. This may have been one of his suggestions, since he seems to be pretty well acquainted with his highness. He does grandfather, right? I could see that happening for whatever reason. As you weren't the first to come up with this idea. Natürlich nicht. Haben wir schon die ganze... Ist das ja die ganze alte Class 7? Also von den Typen her? Guys and Crow too. So every single one of us wound up here. Ja, okay, gut. Looks like we're all of one mind. It's not like there's... There isn't enough room for all of us to squeeze in. And the first bath and the ship should be a bonding experience, right? Ja, das... Das sorgt jetzt wohl genau. Mit so einem Ausblick einfach baden. Holy shit. Hat schon was, ne? Hat schon wirklich was. I mean, we're a brand new cutting-edge ship here. We gotta get more excited, man. And while we're all here, let's get talking. The filthier, the better. It's time to order dirtiest jokes and fetishes. Crow, vielleicht grad nicht. Nee. Las mal gut sein. But why on earth would we? Absolutely ridiculous. There's no reason at all we should participate. Come on, Crow. We are not students anymore. Ach komm, das ist jetzt aber nicht die Begründung, die ich hören wollte. Wait, Crow never graduated. Maybe we should consider him a repeat student. Oh no. Hey, who gives a shit about that? It's time to take it off, guys. Pretty damn sure, guys will be the winner. But you never know. Some guys like Elliot are... Okay, wovon redest du? Whoa, what the hell are you saying, Crow? Crow, this clearly isn't a dignified conversation. Ja, aber das hat er auch nicht vor, so einen zu führen. Yeah, what if a girl was sitting nearby and overheard you say something like that? Ja, wenn es mir you say war, wäre, dann würde sie sogar mitmachen, wahrscheinlich. Huh. But with respectful behavior being character for any of us, I'm just gonna take in the scenery and enjoy the water. You're langweiler. Nein, das ist okay, ich bin froh darüber. Danke. Aber, ähm... Ja. Crow hat... Interessanter Gesprächsteam auf jeden Fall, die er sich wünscht. ICIC. So, hier können wir noch nichts machen, oder? Außer uns halt umgucken und mit den beiden hier reden. Mal sehen, ob es dann wieder irgendwelche Trainingskämpfe gibt oder sowas in die Richtung. Die man erledigen kann. Stray to be asking for a match, then? No, that's not the case. We both arrived at the training area independently and unexpectedly ran into one another. Huh. And you all will be leaving for that trial soon. I would never be so boorish as to wear someone out before something like that. Haha, my bad, Jubilee. But I gotta say, it's pretty amazing we have such quality training facilities on a ship like this. Yes, I suppose you could say that, if you really wanted to. The previous creators also had substantial facilities, but there certainly wasn't an area quite as spacious as this available. Ja, der Ramp auf jeden Fall wies nicht kleiner, ne? Damals noch. Huh. I find it irritating to always be receiving favors. So, as a training opportunity for you all, an Archezen belonging exclusively to the Star Ritter. We present the Vanguard F2 Sleipnir. Was? Is that a state-of-the-art Archezen for Orboros? Like the one used at Hamel in the Naval Fortress? Are you still able to make use of them, even after separating yourself from Orboros? Yes, it's specially adapted for our own use. Sleipnir, come. Ich meine, wollte gerade gar nicht um den Kamauern, aber danke. Um. Cool. Sieht sich aus. I wonder that I see it up close. It is fairly intense. You know, against an Archezen like this does seem like it would make for some phenomenal practice. I have another Sleipnir unit, actually. I wouldn't mind letting you use that one for training as well. While you all are not going at trial, let's have them up to respond to specific combat situation for practice. I usually just leave it in the Hengist Reserve Area, so feel free to use it as you'd like, even if I'm not around. Ha. Talk about full service treatment. Truly and adaptively. Thank you. Ja, das ist auf jeden Fall nett. Dann haben wir in Zukunft jetzt noch mal ein bisschen Training zu erledigen. Und ich kann mit ihr natürlich ein bisschen spielen auch jetzt, aber das tue ich mir nicht freiwillig an. Ganz sicher nicht. Und was gibt es hier? Warum ist hier ein blauer Stern? Warum kann ich mich hier waschen gehen? Ich bin Reen. So funktioniert das nicht. Vor allem ist es interessant, ich kann mich hier an der Tür waschen. Und hier muss ich immer noch reingehen, weil es natürlich das, ja, Bad für die Männer ist. Da darf ich immer noch reingehen bis zur Tür. Ah, die Spiegel funktionieren ja auch. Sehr schön. Habe ich doch keinen Grund, mich zu beschweren. Na gut, dann ist wohl die nächste Etage dran. Bleibt ja immer noch einiges übrig. Ja, ich sehe nicht so schön, wenn der Veräulich-Partner ein bisschen überlänger hat, ne? Dann kommen wir immer wieder ein bisschen rein. Nach der langen Pause ist, denke ich, nur fair. Das Haus hat Exits von dem Schiff oder dem Deck. Seems they've got a cafeteria, a sickbay, a reference room, and some stores here too. Mhm. Gibt's Shops und bla bla bla. Various written materials can be accessed in the reference room. Zum Beispiel die Black Records. Ja, gut, da kann ich ja alles nachlesen, theoretisch gesehen, was ich ja nie mache, weil ich ein Fauststück, ja, Doofmann bin. So, das bin ich. Genau. Ähm. Holy shit, sind hier noch viele Gespräche auf dieser Etage alleine. Okay, immerhin gibt's die Option, das finde ich immer ganz nett, dass es das gibt. So, what do you think of the greatest 2, Rien? Oh, es ist super, es ist wirklich cool. Can I say, the original might have been incredible on its own right, but this, this is what is cutting edge, as cutting edge can get. They even put the arm, and it's through a fair bit of upgrading. Yeah, those heiners didn't seem too hot about it at first. Hot or not, we're in for some pretty intense combat in the coming days. That's just a fact. Once you get to that point, basically Terrence just won't cut it anymore. Yep, that's probably what clinches the decision to load up in the firepower. Sounds like they met some resistance from Professor Schmidt on the development side of things, though. I can only imagine. Professors Erica and Albert Russell were involved in this as well, right? Seems they had a tech expert from the Epstein Foundation come in on the down low, too. Yep, this ship's got all the latest tech, save for anything the phone company might be keeping under wraps. In other words, you guys got yourself a pre-killer setup here. Make sure you put it to good use, all right? Got it, I relate that to His Highness and the other students, too. Das wissen Sie doch, mein Gott. You're going to meet up with Stell and thus, once you get down to the surface? Nah, I was waiting on letting Charizard take care of that front. I'll be operating on my own for a bit. Got a few things I'm gonna check out. I'm sure we'll be more than busy enough dealing with all the rivalries, but do me a favor and keep an eye on and his highness for me, too, all right? Of course, we'll take care of him. Is that your intuition calling? Feels like it's almost always on the market times like this. Just make sure you say hi to Ein von mir, okay? Ein ist auch so ein guter Name, einfach. Ich weiß absolutlich, wer das ist gerade, aber... Hey. Ein, zwei, drei. Und ich meine, Felker macht ja auch mein Spiel, das Zwei hieß, ne? Also, hey, es passt wirklich gut rein, irgendwie. Na gut, machen wir auf der Seite erstmal weiter. Beim Medical Office. Uh. Hier ist auch genug Platz für ganz schön viele Verletzte auf jeden Fall. So viele sind hoffentlich nicht gleichzeitig bei uns schwer verletzt und haben das wirklich nötig. Hey, hey, how's it going? Wendy, Vivi, I'm so glad you two are all right. Ich habe mich gerade schon vor allem da einfach nur Reporter stand, aber die Charaktere wurden noch nicht mit den Namen eingeführt, anscheinend. Hier. Ich war gerade das gleiche. Reen, alle. Es setzt mir hart auf, dass Sie alle in guter Gesundheit sehen. Ach, geil, die sind ja auch erstmal mit dem Luftschliff jetzt aufgetaucht, ne? Oder? Auf jeden Fall, es klingt, wie du bist der Ladekiller. Hey, Reen? Oh, ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. So, any updates on your Love-Life? Who's the lucky gal? Um, Vivi, please, I'm really sorry about this, Reen. It's okay, in a way, it's actually kind of comforting. V. Some things never change. In any case, I'm sorry for all the trouble I put you two through. If it's just been a little more skillful in my command, things might not have gone the way they did. It's okay, guys, you have nothing to apologize for at all. If you hadn't drawn the enemy away with your macabre, there's no way the operation could have succeeded. Besides, it's about time we got some front-pager limelight for once. It certainly was a rather dramatic appearance, to say the least. By the way, you're staying on the ship as part of the medical staff, right, Lindy? Where's that leave you, Vivy? Well, since I'm already here, I was thinking I could sign on the craters to his official photographer. I'm sure Rex can handle all the online coverage just fine on his own. What do you think? Great, that settles it. Happy to be aboard. Okay. Sure, good to have you. Meinetwegen. Man stört mich an, ich frag mich nur, wofür wir's brauchen sollten. Ich glaub, der Punkt ist eher, dass sie, naja, uns gebrauchen kann, weil sie so leichter von Ort zu Ort kommt und eine ganze Menge interessante Sachen sieht, die sie wohl fotografieren kann und nicht andersrum. Na gut, sag ich bei dir auch noch Hi kurz, Margarita, die auch gerade in ihrem alten Aussehen unterwegs ist. Wie gesagt, hinterfragen wir weiter nicht, wie sie ihren Körper wandeln kann, ist halt wie es ist. Ah, Tatjana, I was wondering when I might see you again. And are you, Margarita, looking well? Oh, I guess I did hear that you two were all friends. Some sort of family connection, right? That's right. The little taunt family send a flock together, as Tatjana's and mine have since times medieval. Though Tatjana's father is a Viscount, while mine is a mere baron, she never let that stand in the way of her friendship. Well, the Tristons have always been tolerant of those from other social settings, too. Of course, of course, and that shared tolerance is a part of what's kept our family so close for all these years. That's a good kind of friendship to have. Oh, beauty calls the beauty, after all. It was always a destiny to come into each other's lives. Just like me and Vincent and how we fell in love at first sight. Oh, is that what happened? Yeah, yeah, auf den ersten Blick, ganz sicher. It's good to see you just as powerful as ever, Margarita. Ja, powerful. Das trifft es schon eher auf jeden Fall. Ganz sicher. Ja, powerful, that's beautiful. Okay, hier kann man schlafen einfach. Gut, gut, haben wir noch nicht genug Betten irgendwo an, das war, kann ich nicht schlafen? Nö, kann ich natürlich nicht. Zumindest jetzt gerade nicht. Und wir haben auch das Bad dafür, aber trotzdem komisch finde ich ein bisschen. Na gut. Hallo. Mannenweiser. Da muss ich halt wieder meine ganz harte Stimme raushauen. Well, well, we finally meet again. R-R-Rin. Oh, ähm, you okay there, Dorothy? Ach ja, die war das. Wow, I've heard rumors about that luscious silver hair and jet black outfit, but, ja okay, ihr geht es gut, es geht ihr zu gut, viel zu gut. Aha, ich weiß, Mank. Mann, das englische neue Schau ist einfach nicht fair. Du meinst, wenn ich ein Skript für ein neues Radio aus dir aus dir aus dir oder? Oder? Du kannst auch einfach den Skript von Rolfi nehmen und bei dir vorlesen lassen. Vielleicht wäre das ja ganz interessant für alle Beteiligten. Und wenn das Experiment einfach mal ist es business wie usual mit diesen zwei. Das kann ich wahrscheinlich sagen. No kidding, I'm not even sure I've ever seen you guys ease up. That might have gotten a bit excessive actually, even for me. Sorry, Raine, I got a little carried away myself. You don't need to apologize, I get it. There's kind of a lot to take in all at once. Besides, are you the one managing the terminal room, Frostbank? You know it. I'm a little busy with all my radio tricks I work, sure. You guys have got way more on your plate out here. Can't imagine a single one of us out there wouldn't jump to lend a hand. Speaking of which, Dorothy and I just finished setting up the terminal. As it so happens the Imperial Museum approved my extended hiatus request. I'll probably spend most of my time in the reference room next door, so feel free to call for me whenever you like. You can go ahead and send all the data the branch campus kids have collected for over to us. Bell and combat data goes to me, personal files off to www. And any books and other written materials over to me. Okay, got it. Thanks for all your help, guys. It's good to have you bought was. Schön, dann gibt es es hier auch wieder anscheinend. Meinetwegen. ist hier draußen noch jemand? ist hier draußen noch jemand unterwegs. Nämlich auch gewundertwendig. Ey, Patrick, Finger weg. Finger weg, das geht so nicht. Das habe ich dir nicht erlaubt, dieses Gespräch. Du musst erst mal einen Antrag stellen schon. Bürogatrie muss schon manchmal sein ein bisschen. Ich bin so glad to see that you're unharmed, Patrick. I know Reen feels the same. Thank you, Elise. I'm happy to see you safe, too. Insoc a Makro from the main campus got in touch beforehand to apprise us of the situation. So I knew better than to worry, but still. See, so that's what the branch campus students are all about. Right, you are clever as always. No doubt you the pain of uncertainty so I must pull it. I don't think Oh, Reen. Patrick, what's going on? I don't know how I'm from the side of the comment or the I don't know but I mean that doesn't make sense but it's in order. Hey, good job out there, you two. Are you all set to head out, Patrick? Naturally, I finished making the necessary preparations yesterday. Good to hear. Honestly, I dressed easier if I knew you were going to be staying aboard, but yes, I feel the same. not nine for me. So with the matter that spring what's your game here, schwarzer leaving me alone of elise that isn't like you. What do you mean? It's not like I've ever specifically tried to keep you apart. Do what? What? I should imagine what you do if that was your aim then. Schwarzer, let me say this. I don't know how much of an ordeal this rivalry is going to end up being, but I will not under any circumstance permit you to disappear and leave poor Elise behind. Patrick, I'm sorry, I've been trudging around with an air of resignation without ever realizing it. But you know, people might start getting weird ideas if you two spend too much time alone. Ach, komm schon. Maybe I'll have you show me around the ship then, Patrick, if you're so inclined. Talk about doing 180. Ach, ich lasse die beiden einfach mal. Mein Gott, ist doch besser, als wenn sie weiter auf dich steht. Seien wir doch einfach mal ehrlich. Na gut, okay, wollte ich nur kurz geklärt haben. Ah, wir können auch hier direkt auf die andere Seite laufen. Tatsächlich. Okay. Das ist nett, das ist sehr nett. Auch wenn der Scale mal wieder, naja, weiß nicht, ob das vom Scale her so unbedingt passt, wie es von außen aussieht, wie es von innen aussieht, aber das ist immer so ein Thema für sich, würde ich sagen, dass es irgendwie so richtig zusammenpasst. Ne, 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 okay, was wir jetzt hier sehen, ist das General Store. Na gut, das war klar, als wäre die beiden hier auf jeden Fall sehen würden. Oh, ihr hier? Ist das Rina, ich sehe? Hey, da, Becky. No, mal, nicht? So, das wird wieder ein bisschen schwer zu lesen, auf jeden Fall. But the time's finally come! Say hello to the Becky Association's courageous branch! Looking forward to your patronage troops! Don't be silly, we're the ones who should be thanking you! Seeing her over the counter like that really does scream courageous though, doesn't it? Ne, eigentlich ganz allgemein, sie ist immer wieder die Verkäuferin irgendwie mittlerweile. It's like a civil war all over again. All she's missing is Hugo rivaling it up beside her. Ja, das macht er immer noch ganz allgemein, nur ja, ganz allgemein, es halt. Huh, looks like he's so dang whatever he wants. Danau is purr. I'll have to prove him that his way of dang thinks just isn't white. Businesses isn't just about the profits. You gotta have too empathy for the customers too. Well, it's good to see the Becky brand enthusiasm is never low on stock at least. By the by, I plan on handing down from the ship soon after this. Looking bad I won't spare any efforts helping you guys out. A little swap info again next time we meet so make sure you come and find me. Besides, you wouldn't want to miss out on these spicy new glamour shots I'm putting together would ya? But not all only a few. Just say we'll do our best and leave it at that. we'll do our best and that's is good. More can't we don't do I think. Oh, yeah, and you are still on your job. Good. 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 Well, here's something you don't see every day. Yeah, that they would be to 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 be komische Gruppe, ne? also natürlich allgemein Main Campus und Branch Campus, ja, aber vor allem der Main Campus, der irgendwie so voll arrogant und so ist und dann vom Branch Campus die beiden Vollidioten einfach. I didn't realize you two had come aboard the greatest two as well. This S got to Major Michael, yes, though we plan on returning to the surface before long. Ah, okay. That said, I never could have imagined we'd end up having to face his highness so quickly. But at the same time, we've been well prepared to do so. This was as good an opportunity as well as we could have expected. That doesn't make sense. So, what's the situation with the Dörflinger then? Yeah, did the Imperial Defense Force and RMP end up chasing it down? It would appear the Imperial Defense Force doesn't deem us worthy of wasting their time. We've managed to keep the RMP in the dark as well, thanks to Major Michael. I think we'll all have a certain degree of freedom in our movements from here on out. Let's be sure to keep in touch, alright? Did you make sure to take down my Argus-Number? Preferably relate it to the communications team if not. Yeah, you bet I did. May I be blowing your Argus up nonstop if it weren't for the stupid war? Oh, was there something specific you wanted to discuss? Yeah. Reden, wenn ich darüber was es ist, bitte. Um, my main man, you just want to hear your sweet, silky voice is all. Is that so? In that case, I respectfully decline. Oh no. And bam. Shot right out of the gate. And haven't even made an actual move yet. It's hopefully besser, so if I've tried to try it, so if I was damit. The more things change, the more they say the same. For sitting there at least. Soll ich mir leid tun? Nein, tut er nicht. Tut er absolut nicht. Was ist das denn da? Wo komme ich denn da hin? Nirgendwo. Also das ist der richtige Ausgang einfach. Und das ist auch der richtige Ausgang? Wo ist denn dann der Fahrstuhl? Ach, da ist der Fahrstuhl. Ah, okay, 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 okay. Da bekommt man richtig aus dem Schiff raus, wenn man auf dem Boden gelandet ist und so. Ja, ja, in Ordnung. Hier gibt's Sinn. Gut, bleibt nur noch die Mech-Etage, wo es dann wahrscheinlich auch noch die Orbel Factory und so gibt, ne? This floor contains the hold and the workshop. We'll be spending a lot of time here. Ja, das ist, denke ich, relativ selbsterklärend eigentlich. Hoffe ich jetzt jedenfalls einfach mal. Na gut. Ist mal sehr schick hier. Ich glaube, hier haben wir die beiden Divine Knights. Schön, schön. Ja, okay, ich denke mal, der, ähm, der Mech von Altina ist halt nicht hier, weil Altina hat ja diesen richtig, richtig fetten Mech. Na? Wieso, was ich nicht meine? Bestimmt. Der ist riesig gewesen. Da war der Fluch irgendwie drin und so. Genau. Und die beiden Exoskills stehen ja auch noch rum. Warte mal, wobei, wie hängt das hier? Warte mal, das zweite. Kennen wir das? Habe ich's gerade vergessen? Einfach nur? Ich bin mir nicht sicher. Ich erwähne dir was dazu. Oh, Reen. Elliot and Kenneth? Nein. 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 Nein, 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 nein. Well, maybe I'll have you fill me in then. I don't know what Mint helped the branch campus. You have the greatest too, right, Kenneth? Well, I did travel around over Boneyau while investigating fish ecosystems. I guess I did help with that I shared the information I was able to acquire with His Highness and everyone. I see that sounds just like you. too. that was really does produce all types of people, doesn't it? For sure. The occasional music prodigy even. Well, prodigy might be going a bit far. It seems like you really improved your technical skills while at the moment. and you were involved in the construction of the greatest too. Heh, well, I was allowed to join in on some already finished equipment, you could say. Professor Russell experiences extreme tunnel vision when focusing on research, but it wasn't overly strict when it came to minor mistakes. Working for him was pretty easy in that sense, just like with Professor Schmidt. Wow, das ist überraschend in beiden Fällen. I think you might be the only person who'd say that working under Professor Schmidt is easier on by Professor Russell eigentlich auch. Heh, it's a pretty big deal too. Na gut, reden wir nicht weiter über das Angeln bitte, das Thema möchte ich eigentlich ja nicht weiter besprechen, ist mir wirklich nicht wichtig. Oh, Reen! Heh, just making sure the ship's equipment is all in order. Yeah, I'm getting ready to head to the Lunar Shrine. Gwyn, I know I've said this before, but great work on the greatest two operations. And Ferris, it's not like you, Patrick and the others help quite a bit. Heh, well, only a little. and I was just acting as a representative for our sponsors. Handling Schmidt's unreasonable demands is exhausting work. Right. Heh, heh, I'm just glad you two made it through, okay? And I guess my mother and Sharon are safe too. Lisa, yeah. Auch wenn ich ganz, wie wir es uns gewünscht haben, ne? that stupid daughter of mine and going so far as to involve Schmidt. Lots of France completely. I mean, what the hell was with him? Forget it. I'm sorry, Lisa. No, it's okay, grandfather. I've also prepared myself for the worst for some time now. He's almost like a different person even. Oh, he looks just like father, but I'm prepared to face him. You know, you've really gotten a lot stronger, Lisa. Yes, it seems like you've really been making strides alongside Reen and the others from class 7. Uh, hold on a minute, Ferris. Wouldn't it be more accurate to stay alongside Reen and just end there? Nein, nein. Oh my, yes, that does sound better. Ah, hold off. Hey, Ferris, what is this about? I don't really know the particulars, but I think someone might be in denial about something. I'm guessing it's Elise, and Reen has it probably not with me. I don't know what's exactly. Grandfather, Ferris, can they both you please stop the speculation? Alright, alright. anyway, so it looks like you'll be on the ship for the time being, Gwyn. But Ferris, you said that you'll be heading down? Yes, I'm going back to Ordis and to speak with a brother about something. We're nearing final act, so I'd like to give my best to Governor Reignis as well. Oh yeah, we're on the way to the final act probably. Okay, on the way to the final act 3. Yeah, I know, but I think I don't really get anything you do well to accomplish what you must first. And why must er gerade abgehauen? Together with Reignis and those from class 7, I trust that's one thing you won't waver on, yes? Yeah, you're right. Thanks, Ferris, let's both do our best. And I chose some pride as four members of Thor's lacrosse club. You got it. That's true friendship. Right, I'm glad she's got such a good friend. What about you, Reignis? I want things with you, Elisa, right now. The thing is... Grandfather? Yeah, natürlich hört sie das noch mit, natürlich hört sie das noch mit. Keine Chance, hast du keine Chance. So was auch besser so. Ich will doch nicht, dass du eine Chance hast, was das angeht. Hey. Irgendwann, Professor Schmidt heißt dann, wonderful skills, Tita. I'm glad to hear the Obelgear 3 units are testing well so far. Thanks, I'm really excited about it too. Oh, hey, you were an engineer on the original creators, right? Erkennst du ihn wirklich wieder? Keine Ahnung, wer das ist, aber bestimmt war der da, natürlich. Ich auch, ich auch, wirklich. Inwiefern hat es uns jetzt schon mehr geholfen? Dadurch, dass wir ein Bart genommen haben? Between you, Tita und everyone else, ZCF has done a heck awful lot for us. Well, it never hurts to have a good working relationship with the likes of the Prince. Now that the handover's complete, most of the ZCF staff are going to be leaving the ship next time we land. but that means I'm entrusting in my masterwork for you, Tita. Do be proud. Got it. I want you down. Thanks again for everything. Ja, das wird es schon gut übernehmen können, denke ich. Na gut, dann sehen wir wirklich soweit fertig. Hier ist noch der Storage Raum, da ist nichts spannendes drin, erstmal. Nö. Ich gehe es wieder zurück nach oben. Warte mal einen Moment. Ich möchte noch ganz kurz prüfen, weil es fängt wahrscheinlich noch mal vielleicht eine kleine eine kleine Szene an und wegen. Ja, ja, wir sollten uns jetzt treffen, um dann darüber zu sprechen, wie wir jetzt fortfahren. Bla, 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 bla. Genau. To all passengers, we will assume a concluding our orientation flight and chartering a castle in the Shrine. We will be landing on Lake Gala in 30 minutes. Good timing, I'm done here. I'll just double check that I'm ready and then I'll add to the bridge. Genau. Okay. Dann soll es das für heute dann auch gewesen sein. War doch ganz schön, jetzt erstmal wieder eine Folge mit ein paar Gesprächen zu haben und erstmal wieder mit allen Charakteren ein bisschen klarkommen. Nach der großen Pause ist das wahrscheinlich auch wirklich nicht schlecht gewesen. Ich kann mich ja jetzt oft genug mal ein bisschen, ja, vorbereiten, ein bisschen Ausrüstung kaufen, ein bisschen Ordnens vielleicht umplatzieren, mal sehen, was genau ich so machen werde. Beim nächsten Mal geht es zum Lunar Shrine los. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020